Ich lerne Deutsch. Nummer 14.773 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Das sieht gut aus. Aber wir können es überarbeiten, um es effektiver zu machen. Das sieht gut aus. Aber wir können es überarbeiten, um es effektiver zu machen. Die Pause am See habe ich mir nach dem langen Lauf verdient. Die Pause am See habe ich mir nach dem langen Lauf verdient. Das Ergebnis der Therapie ist eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten. Das Projekt wurde eigenständig von einer kleinen Gruppe von Ingenieuren durchgeführt. Das Projekt wurde eigenständig von einer kleinen Gruppe von Ingenieuren durchgeführt. Betont, dass die Ingenieure das Projekt alleine und ohne externe Hilfe durchführten. Warum steht das in hellroter Schrift auf dunkelrotem Grund? Im Durchschnitt verdienen Prokuristen in Deutschland zwischen 60.000 und 100.000 Euro brutto im Jahr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.